So, auf geht's. Wir haben immer noch die gleiche Mission. Wir sind hier im Zug. Und dann... Tag, Alter. Ist auch eine lange Mission hier. Das ist immer noch die gleiche hier. Oh, die blöde Sau. Nein, wir spielen ja hier auf Schwierigkeitsgrad. So doll. Mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Ach, schon ein bisschen herfahren. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bons aus. Achte auf deine Flüge. Sie kommen durch die Fester. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. Ja, hier sind aber ein bisschen viele. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Bäm, Bäm. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Oh, what? Ach, scheiße. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Hast du gesehen, wie das du Scheißkerle umgehauen? Ey. Ich dachte, die sind kaputt. So ein Scheiß, Alter. Ey, geil, ich mache voll hier. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Hast du gesehen, wie das Scheißkerle umgehauen wird? Ja, schön, wie sie kaputt sind, ne? Hehehehe. So. Der Neuralen-Netzwerk-Prototyp befindet sich im Vakon, die man unter dir. Er könnte durch 6 Zoll CNT-Geschützt sein. Aber das ist gar nicht, was man hochgeht. So weit ist es, woher. Alter, Alter. Zack, Alter. Zack, Alter. Rücke weiter vor. Du bist fast beim Sprengsatz angekommen. Schwinder, Alter. Moni. Mitnehmen. Boah, Scheiße, was denn da los? Na ja, ne Spiele, da. Da ist noch einer. Bäh. Bäh. Denken wir, die Maison müssen wir hier heute geschafft haben. Oh Gott, ey. Verrückt hier. An dem Ding ist ne Bombe. Wenn ich's hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit nem Computer im Kopf. Zu wenig Zeit. Das ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist ne Magnetschwebebahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Hm, alles klar, ey. Oh Mann. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Alles klar. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Oh, na endlich, ey. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Ruppen in die Region geschickt zu haben. Genau, das sollte man hätte man nichts zeigen sollen, aber kann man nichts machen. Ey, sag mal. Was ist denn das hier? Mensch. Ich bin hier wieder zurück ins Menü. Schauen wir mal, ob wir die Missionen geschafft haben. Haben wir. Na wunderbar. Oh, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Podcast. Haut da rein. Tschüss.